Liebe Zuschauer, sehen Sie zum Abschluss unseres Ereignisses, also Scott Hamilton und Harry Allen mit dem Tenorsaxophon beim Porsche Hot Jazz Festival RUS 2000. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Thank you very much, thank you We're going to ask Harry Allen to play a ballad for us now So, what do you feel like playing, Harry? Oh, I picked a good job! This is a Rodgers and Hart tune called My Romance . 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 Musik 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 Musik